Wir wollen uns heute mal zusammen ansehen, wie wir den Co-Piloten in Windows aktivieren können. Ich befinde mich in Deutschland und der ist hier offiziell noch nicht freigeschalten, in den USA hingegen schon. Und zwar hat das mit irgendwelchen EU-Datenschutzgesetzen zu tun und Microsoft möchte hier, denke ich, aufpassen, dass es keine Probleme und keine Millionen Strafzahlungen gibt. Und komischerweise ist der Co-Pilot aber schon in den Edge-Browser von Microsoft integriert, den sehen wir hier. Da können wir einfach auf das Symbol oben klicken und dann öffnet sich das Ganze. Früher hieß das irgendwie anders, das Ganze basiert ja glaube ich auf JetGPT und jetzt haben die das eben in Co-Pilot umbenannt, funktioniert aber mehr oder weniger genauso wie vorher. Neben dieser Integration in den Edge-Browser gibt es eben in den USA jetzt schon die Integration des Co-Piloten ins Betriebssystem und das können wir hier in Deutschland auch aktivieren, wenn wir das wollen. Und wie das geht, das zeige ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Windows-Video auf meinem Kanal, ein neues Windows-Video im neuen Jahr. Um Co-Pilot zu aktivieren, machen wir jetzt folgendes. Wir klicken rechts auf dem Desktop und erstellen eine neue Verknüpfung. So, als nächstes sollen wir einen Speicherort des Elements eingeben oder eventuell auch eine Webadresse. Wir geben hier etwas anderes ein und zwar die folgende Befehlszeile. Ihr könnt das Video gerne pausieren und das dann selber abtippen vom Bildschirm. Dann klicken wir auf Weiter und wir sollen noch eine Bezeichnung vergeben, zum Beispiel Co-Pilot und dann klicken wir auf Fertigstellen. Und das war es schon. Wir haben jetzt hier eine neue Verknüpfung im Edge-Design und wenn wir da draufklicken, dann öffnet sich hier eine Co-Pilot-Vorschau mit Bing Chat. Wir können hier einen Unterhaltungsstil auswählen, wie wir das auch im Edge-Browser machen können. Wir können zum Beispiel sagen, dass wir in höherem Maße kreative Antworten haben möchten oder ausgewogene Antworten oder genaue Antworten. Hier sind einige Dinge, die Co-Pilot für Sie tun kann, zum Beispiel das Beheben von Druckerproblemen. Wir probieren das gleich noch aus. Wir können aber natürlich Co-Pilot ganz normal jetzt hier im Betriebssystem benutzen. Übrigens bleibt er jetzt immer geöffnet und die Fenster, die wir öffnen, die snappen sich hier sozusagen links vom Co-Piloten ein. Und mit X können wir das Ganze auch wieder schließen und per Doppelklick können wir das Ganze dann selbstverständlich auch wieder öffnen. Ja, wie gesagt, wir können das Ganze hier ganz normal benutzen. Schreibe eine E-Mail um zum... Also wir können hier ganz normale Kommandos tippen. Wir können ganz normal chatten, wie ihr das kennt aus dem Edge-Browser. Ihr könnt euch Tabellen erstellen lassen. Ihr könnt euch Songtexte schreiben lassen. Ihr könnt das Ganze hier anpassen und es werden auch Vorschläge gemacht, um das Thema hier nochmal zu vertiefen. Microsoft integriert Co-Pilot in immer mehr Apps. Also das Ganze müsste jetzt auch schon in der Office-App verfügbar sein und so weiter. Das Ganze verzahnt sich miteinander irgendwie. Ich benutze das gar nicht so wirklich häufig. Das ist eine neue Technologie, über die ich mich versuche einigermaßen auf dem Laufenden zu halten. Ich benutze es wirklich kaum, wobei ich versuche mir in Zukunft da ein bisschen Arbeit abnehmen zu lassen. In dem einen oder anderen Bereich versuche ich das öfter zu benutzen. In Zukunft bisher mache ich das aus rein technischem Interesse sozusagen. Ja, und das ist wirklich neue an der Betriebssystem-Integration. Das ist halt die Tatsache, dass wir jetzt auch Einstellungen von Windows über den Chat ändern können. Und das probieren wir jetzt mal aus. Wenn wir jetzt wieder auf die Startseite gehen vom Co-Piloten, da kommen wir übrigens hin, indem wir hier auf neues Thema klicken, dann vergisst der Co-Pilot sozusagen das vorherige Gespräch. Dann wird uns hier schon vorgeschlagen, dass wir zum Beispiel Druckerprobleme mit dem neuen Co-Piloten beheben können. Wenn wir da mal draufklicken, dann wird uns vorgeschlagen, die Problembehandlung für uns zu öffnen. Da gibt es nochmal eine Rückfrage und ich kann das eben annehmen oder ablehnen und dann bekomme ich hier noch zusätzliche Informationen, wie ich zum Beispiel einen Papierstau im Drucker behebe oder ähnliches. Wir können damit aber, soweit ich weiß, auch Programme öffnen. Wir probieren es direkt mal aus. Und auch hier werden wir wieder gefragt, ob wir die App wirklich öffnen wollen und wir klicken auf Ja und siehe da, die Taschenrechner-App wird geöffnet. Das ist schon ziemlich cool, ansonsten weiß ich nicht, inwiefern sich der Co-Pilot hier, der mit dem Betriebssystem verzahnt ist, inwieweit der sich unterscheidet vom Bing-Chat, den ich euch gerade im Browser gezeigt habe. Außer eben, dass diese Systemintegration jetzt gegeben ist. Wir können das Ganze also nutzen, um zum Beispiel systemweit den Dunkelmodus ein- oder auszuschalten. Wir können damit zum Beispiel das Mikrofon ein- oder ausschalten, wenn wir das möchten. Wir können uns Wettervorhersagen mit dem Co-Pilot anzeigen lassen. Wir können den Geburtstag von Olaf Scholz uns anzeigen lassen. Das sind alles nur Beispiele. Wir können uns verschiedene öffentliche Daten aus dem Internet in irgendwelche Tabellen zusammentragen lassen. Microsoft verzahnt das ganze Co-Pilot-Thema ja auch mit seiner Office-App etc. Wie ich euch vorhin schon gezeigt habe, könnt ihr euch E-Mails schreiben lassen. Ihr könnt euch damit Geschichten schreiben lassen, kleine, um eure Kinder abends ins Bett zu bringen und denen was vorlesen zu können. Ihr seht schon, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt damit genau das gleiche machen wie auch mit Bing Chat, was ich ja auch schon mal ausführlich vorgestellt habe auf meinem Kanal. Ich glaube in der Internet-Serie oder auch Google Bart oder Chat-GPT, um noch ein paar andere Beispiele zu nennen. All das könnt ihr hier eben auch mit dem Co-Pilot machen. Es lohnt sich oft auch, meiner Meinung nach, die Ergebnisse der einzelnen KIs miteinander zu vergleichen. Ich muss sagen, ich nutze das Ganze hier im Alltag nicht so sehr kaum. Ich versuche das in Zukunft etwas mehr zu nutzen, mir vielleicht Arbeit abnehmen zu lassen. Aber für mich ist das eine sehr neue Technologie, der ich relativ skeptisch gegenüberstehe. Trotzdem versuche ich mich da halbwegs auf dem Laufenden zu halten. Man kann schon interessante Sachen damit machen. Und deswegen mache ich auch immer Videos hier auf dem Kanal zu dem Thema. Wenn ihr das Ganze hier nicht in der Form benutzen wollt, dann könnt ihr auch warten, bis Microsoft die Co-Pilot-Vorschau-Version, wohlgemerkt, das ist immer noch eine Vorschau-Version, bis die automatisch in Deutschland auch auf euren Rechner kommt. Das wird wahrscheinlich irgendwann soweit sein. Oder, ich habe da eventuell noch einen Tipp für euch, ihr könnt auch einfach folgendes machen. Ihr sucht nach Co-Pilot und dann wird euch diese Seite hier vorgeschlagen. Und hier kann man das Ganze ebenfalls nutzen, ohne Anmeldung. Das ist ja auch sozusagen die Co-Pilot-Vorschau-Version. Ihr täglicher KI-Begleiter mit Bing, natürlich ohne Systemintegration. Hier könnt ihr euch schon mal ein Bild machen, vorab. Hier gibt es auch noch wieder ein paar Anwendungsmöglichkeiten oder Vorschläge, was man damit alles machen kann. Das ist der Co-Pilot im Netz. Könnt ihr mit oder ohne Anmeldung nutzen. Das Ganze ist dann aber ohne Anmeldung beschränkt. Und zum Schluss noch ein praktischer Tipp. Wenn ihr ein Mikro angeschlossen habt und auf Mikrofon verwenden klickt, dann könnt ihr dem Chatbot auch in Sprache direkt etwas fragen, in eurer eigenen Sprache, ohne dass ihr irgendwas tippen müsst. Und im Gegenzug liest euch Co-Pilot dann auch die Antworten vor. Ich kann das hier jetzt im Moment schlecht demonstrieren, weil sonst wahrscheinlich die Aufnahme abbrechen würde. Aber ihr könnt euch das sicher vorstellen und damit sind wir auch schon am Ende dieses kurzen Videos. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Nutzt ihr KI-Tools in eurem Alltag? Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.